Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Alter Dicker, leck mich am Arsch. Wenn du wüsstest, wie es mir geht, wie ich aussehe. Was ist denn da los? Ich erstmal begrüße dich damit. Mit einem sorgenvollen, ich grüße am anderen Ende der Standleitung. Die Trockenhaube der Erleuchtung. Den Waldmeister der Sechzehnender. Den Lampingungen der Gerechtigkeit. Die Unendlichkeit der Kreativität. Der Weltmeister, der Bundestrainer Atze Schröder. Was ist da los mit einem herzlichen Servus nach Sylt? Ja, das ist richtig. Ich bin mal wieder auf Sylt. Ich werde gleich ausführen, was mir hier alles passiert ist. Ich kann schon mal so ein bisschen fort teasern. Es ist alles unglaublich. Auch ich möchte dich begrüßen, den Gott der Fruchtbarkeit. Den Metal Hammer aus Hamm. Den Willy Brandt der E-Bikes. Till Hoheneder. Ich grüße dich, mein Lieber. Ich grüße dich auf. Jetzt ein besorgtes Was ist da los nach Sylt? Mein lieber, mein lieber, lieber Till. Hochsaison. Alle sind Sie da. Ach du Scheiße. Ein ganz, ganz herzliches Shoutout und Grüße speziell an dich von Alexander Bommes, den ich in den frühen Morgenstunden noch am Strand traf. Alex, ein Grüß dich, Alex, zurück aus Westfalen. Ein lieber Kerl, ein angenehmer Zeitgenuss. Ja, ganz explizite Grüße an Till, hat er mir extra gesagt. Und hier ist, ich habe in den letzten 48 Stunden drei Stunden geschlafen. Drei Stunden hast du nur geschlafen? Ja. Weil, was hat, welche Sorgen haben dir denn Schlaf geraubt? Was ist da los? Es wurde gefeiert. Ich kann, auch um jetzt vielleicht nochmal anzufüttern, ich rede auch keinen Scheiß, ich bin hier eben im Bett wach geworden, in der Jacke von Jürgen Klopp. In der Jacke von Jürgen Klopp. Und das ist kein Witz. Das heißt, du läufst also jetzt mit einer Jacke rum, wo hinten drauf Opel drauf steht. Nee, nee, das ist eine neutrale Jacke. Irgendwie muss es wohl kühl geworden sein irgendwo, habe ich aber gar nicht gesagt. Und die Klopps sind ja sehr, sehr gastfreundlich, muss man dazu sagen, Ulla und Jürgen. Ja. Und die haben tatsächlich einen Raum hier in ihrer Villa, wo nur Klamotten sind für Gäste. Weil viele, gerade Gäste, die die Nordsee nicht so kennen, unterschätzen das hier, dass abends auch mal ganz schnell kühl werden kann oder wenn Wind aufkommt. Und es gibt einen Raum, der hängt voll mit Klamotten, Stiefeln, Hosen, vor allen Dingen Jacken, die eben jeder Witterung trotzen. Und das kam mir dann doch zugute. Ich weiß aber gar nicht mehr, wer mir die Jacke angezogen hat. Weil ich selber war in einem Zustand... Der Torwarttrainer von Jürgen Klopp wahrscheinlich. Ja, ich weiß gar nicht, ob der dabei war, aber ich weiß auch gar nicht. Kloppo war, glaube ich, auch nur eine Nacht hier, weil die Premier League-Saison läuft ja wieder. Ja. Aber Virgil van Dijk und Robert Firmino waren auch dabei. Die haben allerdings nichts getrunken. Ja. Ja, das ist unglaublich. Und dann ging es irgendwann wieder zu Manne Pal, das beste Restaurant in Kampen. Achtung, Werbung. Ja, ja, aber von einem sehr, sehr angenehmen Schweizer betrieben, das Ganze. Und das kann der Schweizer. Das kann er. Nicht, da ist der Michelin und der Gourmillon, den da Schlange. Und es wird in mehreren Schichten mittlerweile gegessen, weil einfach der Andrang so groß ist. Es geht alles gar nicht anders. Und dann verlor sich so ein bisschen die Spur. Es sieht hier aus wie Kraut und Rüben. Ich habe es die paar Meter jetzt rüber geschafft. Also nicht nur auf deinem Kopf, sondern tatsächlich auch im ganzen Raum. Ja, ich habe es jetzt wirklich im letzten Moment hier rüber geschafft an meinen Computer, wo das Mikro schon angeschlossen dran war. Und jetzt spreche ich hier wirklich. Also ich bin noch in der Zwischenwelt. Mir geht es noch nicht richtig schlecht. Aber ich merke, wie sich so die mentale Verfassung im Landeanflug auf New York City befindet. Du, da gibt es nur eins. Da holst du gleich erstmal Jürgens neuen E-Corsa aus der Garage. Werbung! Du hörst erstmal Jürgens E-Corsa aus der Garage, drehst mal eine ordentliche Runde durch Kampen und dann wirst du sehen, wie schnell du wieder nüchtern bist. Ja, hier mein Vermieter, ein waschechter Fischkopp, der hat mir gesagt, in deinem Zustand gibt es nur eins. Jetzt Badehose an, trotz der Kälte, es regnet gerade, ab in die Nordsee, besser als 10 Aspirin. Das werde ich gleich mal machen. Ja, das kann ich wahrscheinlich, also da ich als Kind in mehrfachen Heimurlauben verschickt wurde nach Wangerooge, wo die Stadt Hamm bzw. meine ehemalige Schule ein Landschulheim unterhält, kann ich dir nur sagen, ja, das ist so, einfach rein in die Nordsee, Rübe unter Wasser, das ist auch gleichzeitig wie Rübe ab und dann wird es dir besser gehen. Ja, entweder wird es viel schlechter oder es wird ein bisschen besser, ne? Ja, oder du kannst ja auch ein bisschen durch Kampen flanieren, guckst dir ein paar hübsche Frauen an, aber da musst du auch aufpassen, dann eventuell kommt dann noch so ein böses Vorhautflimmern dazu. Das ist ja in deinem Zustand auch nicht mehr, meine Güte. Ja, stimmt, ein Meer von aufgespritzten Oberlippen. Ja, wie dem auch sei, ich sitze hier, wir sollten die Stunde nutzen, die ich noch wach bin. Auf jeden Fall. Vielleicht gleich mal hier so einen doppelten Espresso in die linke Herzkammer. Was war das? Zwei Tage. Leck mich. Wenn nichts los ist auf Sylt, dann machst du wenigstens was los. Aber, es ist voll. Es ist voll. Ja, ja, gut, es ist voll, aber schon wieder keine Promis. Sorry, aber außer dir und Alexander Bommes ist keiner da. Ja, aber Welttrainer des Jahres, Jürgen Klopp. Ja, aber er war doch nicht da. Doch, er war doch, einen Tag war er doch da. Ja, einen Tag war er nur da. Er hat doch die Premier League Saison, läuft doch. Ja, aber da siehst du doch, er ist nicht da, egal warum. Er war doch da. Ja, er hat ja einfach nur seine Jacke und seine E-Corsa da gelassen, das ist wieder alles. Ja. Diesen Streptokokkenbomber, komm, egal. Wo bist du denn gerade? Ich kann dir genau sagen, wo ich sitze, ich schaue. Das musst du nicht angehören, sag doch einfach, wo du bist. Ich bin natürlich zu Hause, ich gucke auf meinen wunderbaren Garten. Ich habe gestern Rasen gemäht im Schweiße meines Angesichts. Ach, das klingt ja alles aufregend. Der Sabo, der Sabo knatterte über den Rasen. Ja. Wunderbar. Der Pool ist schon von mir schwimmmeisterlich betreut worden. Es ist gemessen worden. Es sind Tabletten ausgetauscht worden. Und ich habe dann auch zu meiner Frau gesagt, weißt du was, schütt da nicht immer das Chlor rein. Leg doch einfach mal so eine Geflügelfleischwurst da rein. Da dürfte doch auch nichts passieren, oder? Ja, oder wasch dich mal. Ich glaube wirklich, wenn du bei der Geflügelfleischwurst aus dem Penny, sag ich jetzt mal, wenn du da die Pelle abmachst und da den Kringel reinlegst, da kippt der Pool never ever um. Da ist doch alles drin. Antibiotika ist da drin. Konservierungsmittel, da kann doch gar nichts passieren. Phosphat, Chlor, da ist doch alles drin. So, das ist der Pool-Tipp von mir. Ja, das zeigt auch unsere heutige Bandbreite. Ja. Vom Welttrainer zur Fleischwurst. Da haben wir auch schon den Titel. Vom Welttrainer zur Fleischwurst. Welttrainer mit Fleischwurst. Welttrainer mit Fleischwurst. Tim, jetzt sag mir doch einmal, wie geht es dir, mein Freund? Mir geht es gut. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Ich freue mich auf die Arbeit, die vor mir liegt. Ich werde im Herbst mit einem richtigen Prominenten ein Buch schreiben. Das wird mir sehr gut gefallen. Dann gefällt mir natürlich sehr gut, dass unsere Champagner-Verkostung sehr, sehr, sehr erfolgreich war. Sehr, sehr, sehr erfolgreich war. Wir haben binnen zwei Tagen alle von uns signierten Flaschen verkauft, beziehungsweise Wolfweine hat das ja für uns gemacht. Die Flaschen sind weg. Es ist alles weg. Wir werden praktisch nächste Woche verkünden können, welchen Betrag wir an, das Geld hängt, an den Bäumen spenden können. Und da müssen wir uns jetzt erstmal bei unseren Cousinen bedanken. Das gibt es doch gar nicht. Oder Freitagmorgen wurden die Flaschen online gestellt. Wir haben eine solvente Kundschaft. Am Sonntagnachmittag ist keine einzige mehr da. Und da waren ja auch Flaschen für 130 Euro dabei. Ja. Hammer, oder? Ja, total. Da kann man mal sehen. Die Cousinen sind gebildet. Dadurch stehen sie besser in der Gesellschaft und im sozialen Gefüge. haben die entscheidenden Euros mehr in der Tasche und sie werden dann auch für vernünftige Sachen ausgegeben. Für Bücher und für Champagner. Ja. Und wenn ich mich deiner wagemutigen Interpretation anschließen darf, sie scheinen auch noch das Herz auf dem richtigen Fleck zu haben. Stimmt, die Stimmung ist gut auf der Facebook-Seite. Jo, finde ich gut. Ja, und ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben Werbung gemacht für Champagner ohne Ende. Aber wir spenden das Ganze ja auch für einen guten Zweck. Und dass die Cousinen da einfach so brutal mitziehen. Nochmal vielen, vielen Dank, liebe Leute da draußen. Das gefällt uns alles sehr gut. Aber was für das eine Nacht, ey. Seitdem, boah, es wird jetzt bald wieder Zeit für eine Ayurveda-Kur. Mit meiner Leber kannst du, glaube ich, schon einen Nagel in die Wand kloppen. Mann, Lern, ey. Da reißt du dich ja ein in, sag mal, wenn du schon Alexander Bommens getroffen hast am Strand. Ja. Hast du dann wenigstens beim Saufen Dizzy Rogers irgendwo gesehen? Den legendären Rockstar. Ich habe es mir hier sogar schon aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Ich habe, weil du ja gerne diesen mal treffen möchtest. Ja, die Legende, wer möchte ihn nicht treffen? Ja, ich habe, also wir haben uns verabredet. Ja. Das war aber noch in Hamburg. Wir haben uns tagsüber verabredet. Der ist noch ein bisschen auf dem Gesundheitstrip im Moment. Ja. Und geht früh ins Bett. Sieht eigentlich, also er ist ja nicht mehr der Jüngste. Der ist ja ungefähr, Baujahr 50 so weit, ne? Ja, und du darfst dir, ja, ja, der ist, ja, was, Steve Winwood, der müsste so im Alter von Steve Winwood sein, ne? Ja, Winwood war, glaube ich, 48er Baujahr, ne? Ja, ja, 48er, 50er Baujahr. Und du darfst ja nicht vergessen, Alter, der hat sich ja halb peru durch die Nase gezogen. Du Scheibengleister, ne? Ja, er ist aber, er ist richtig auf dem Gesundheitstrip. Wie gesagt, er hat halt Alter, hat die Furchen im Gesicht. Er ist ja auch nicht dick. Nee, nee, gut. Also fast zu dünn. Und dann, man muss sich entscheiden, fett oder falten. Er hat sich für Zweiteres entschieden. War echt gut dabei. Und ist jetzt nicht so, wie wir alle dachten, dass er sich so an fast gar nichts mehr erinnern kann. Doch, der ist, der ist gut dabei. Und dann haben wir über dich gesprochen und wir wollen jetzt warten. Du hast mit mir über diese gesprochen. Ja, mit ihm, über dich. Ja, ja, ja. Boah, ich bin schon ganz, äh, was hast du denn von mir erzählt? Bist du wahnsinnig? Ja, ich hab mal alles so erzählt und dein Werdegang. Und er hat richtig Bock, er hat richtig Bock. Es hilft uns natürlich, dass er jetzt noch ein bisschen in Deutschland festsitzt. Er kommt nicht zurück nach den USA. Ja, ist auch gar nicht, ist aber gar nicht, ist aber gar nicht, ist aber auch immer verheiratet, ne? Ja, ist auch gar nicht traurig darüber, weil seine Tochter ja in Hamburg als Ärztin arbeitet und auch wohnt. Nee, und er hat Bock drauf. Wir treffen uns. Spricht er denn Deutsch? Spricht er Deutsch oder spricht er so ein Kauderwelsch? Mittlerweile spricht er richtig gut Deutsch, ja. Ja, wahrscheinlich durch seine Tochter und so, weil er auch lange Zeit hier war, ne? Der hat ja immer so. Er hat ja jetzt auch einen Enkel hier und das macht ihm, glaube ich, alles richtig Spaß. Und dann haben wir, ich kenne mich natürlich in der Rock- und Popmusik nicht so gut aus wie du, ne? Ja. So, ich glaube, er ist in Cleveland geboren. Kann das sein? Ja, sagt man ja, Cleveland, wobei einige auch Detroit sagen, weil Bob Seeger, der ist ja auch aus Detroit, der hat mal in so einem Nebensatz fallen lassen, dass damals eigentlich die Silver Bullet Band, mit der Bob Seeger ja berühmt geworden ist, dass das eigentlich vorher Dizzys Band war. Ja, ja. Ja, ja. Und deswegen, ja, Cleveland, Detroit, man, ja, es gibt da mehrere so vage Geschichten. Hat der nicht Dizzy auch Hollywood Nights geschrieben? Ja, nein, ja, das ist auch wieder so ein Ding, was man ihn fragen müsste, ne? Seeger behauptet, er hätte den Refrain gehabt und, ja, und Dizzy munkelt man, es ist ja immer so, pass auf, das ist ja immer so, dass immer, wenn diese Geschichten aufkamen, ja, Dizzy oft, also so wurde mir das jedenfalls erzählt, dass Dizzy oft zum Schweigen gebracht wurde mit Anwälten einfach, ne? Weil die natürlich, die Herren Stars natürlich sofort mit dem dicken Anwalt gedroht haben und Unterlassungsklagen und dementsprechend er sich dann auch irgendwann nicht mehr geäußert und eingeschüchtern hat lassen, weil er ja zu der Zeit auch schwer auf Droge war und ziemlich abgerissen war, fast obdachlos kann man ja eigentlich sagen und da stehst du natürlich dann so einer Macht gegenüber, ne? Das ist schwierig. Das ist eine Frage, die wollte ich dich schon lange, lange, lange mal fragen. John Forgetty, CCR. Ja, Clean's Clearwater Revival, die Hitmaschine. Ja, Hits wie? Hey Tonight, Green River, Born on the Bayou, Fortunate Son, Down on the Corner, Black Moon Rising? Bad Moon Rising und natürlich Proud Mary. Proud Mary ist auch so, und das hat Dizzy mir nämlich noch erzählt, also, was ist denn da? Das ist das Parade, das ist das Paradebeispiel. CCR haben bei Fantasy Records, dies gehörte einem gewissen Saul Sands, gehörte diese Firma, Fantasy Records, haben da einen Vertrag unterschrieben und alle Rechte an ihren Songs für kleine Kohle dort abgegeben. Also John Forgetty in Person. Ja, ja, als Songschreiber, aber auch die Band. Ja, ja. Das waren ja alles Welthits. Und dann haben die fünf Jahre lang, von 68 bis 73, ja einen Hit nach dem anderen geschrieben, unablässig im Radio und haben so gut wie nix davon gesehen. Nix, gar nichts. Und Forgetty wollte dann immer seine Sachen zurückkaufen und Sands hat sich natürlich total geweigert und Forgetty ist darüber richtig depressiv geworden, manisch, wahnsinnig darüber geworden. Und da kam ja auch dann die Trennung und die Erfolglosigkeit und dann hat er sich in einem Song darüber sogar lustig gemacht, Sands Can Dance hieß der Song, auf einem seiner Soloalbum Mitte der 70er. Ja. Und da hat ihn dieser Sands sogar noch verklagt und hat gesagt, da hast du dich selber aus einem Stück zitiert und dessen Rechte ich habe und hat ihn dafür noch verklagt und wieder an die Eier gekriegt, bis Forgetty irgendwann aufgegeben hat und gesagt hat, ich kann mir mein Leben, so traurig das auch ist, ich lasse mir jetzt mein Leben nicht mehr davon verhageln. Ja, aber was hat dieser Typ denn, der Sands, was hat er denn für Gründe angeführt? Das muss ja ein totaler Drecksack dann sein. Naja, der hat einfach gesagt, du hast mir die Rechte gegeben, ich habe hier die Rechte und fertig aus und ich gebe sie dir nicht wieder, Punkt. So, dann lass uns doch mal ein bisschen, wir haben so schöne Zuschriften bekommen. Ja, genau. Lass uns da mal drauf eingehen. Wir reden schon wieder über so viele alte Zeiten. Ja, ja. Ach, die ganze Nostalgie-Nummer, ey. Hm. Da kam, da war doch eine Zuschrift. Ja, da war eine, hast du die gerade vor, Liegen? Hm. Warte. Ja, ich kann heute leider, ich habe hier auf Sylt keinen Drucker und wenn ich einen hätte, könnte ich ihn nicht bedienen. So, ah, so, 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 ja, 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 Jens Krüger hat es geschrieben, Jens Krüger, Cousine Jens. Ja. Moin, ihr zwei Haudegen, Sportsfreunde, Garanten der Gute Laune, nach 50 Folgen möchte ich auch kurzes Feedback loswerden. Ja, dann preist er uns als zwei echt sehr kluge Köpfe mit einer sehr empathischen, vernünftigen und sensiblen Einstellung. Also er bezieht dich da tatsächlich sogar mit ein und sagt weiter so, Entschuldige bitte. Was in meinen Augen schreibt, der derzeit etwas überreizt wird, das spiegelt sich jedenfalls in der Facebook-Community deutlich wieder, ist diese starke Besinnung auf früher. Genau, das hatte ich gelesen, ja. Wobei das gar nicht mehr so sehr von euch befeuert wird, außer vielleicht beim Musikthema. Wie man ja gerade mal wieder gemerkt hat, ja. Ja, gut. Aber die Community geht da ja gerade sehr steil. Also klar, er sagt, ich bin auch 48, habe ich auch unheimlich viele wunderschöne Flashbacks und starke Gefühle, wenn ich an Dinge von früher denke. Sei es bestimmte Musik, Spielzeug, Autoaufkleber oder die Tanten und Onkels auf den Familiengeburtstagen. Aber wir leben ja alle heute im Hier und Jetzt. Also und daher nicht nur die Vergangenheit verklären, sagt er, sondern sich für die jungen Leute und deren Interessen interessieren. Sich lieber mit Kontaktlosen bezahlen, anstatt mit ollen D-Mark-Zeiten. Ja. Ich rechne immer noch um zu beschäftigen. Also fahrt ab dem Bock in Richtung Zukunft, reißt die Community mit und holt auch die 25-Jährigen ab. Ja, Jens, das ist auch so, wobei ich natürlich als jemand, der vier Kinder hat, zum Beispiel meine 15-Jährige, hat wirklich eine Zeit lang, interessiert sich hier für die ganze Manga, Anime-Welt, Cosplay, ist in der Jugendstrache sowas von verankert, dass wir teilweise wirklich nachfragen müssen, worüber sie redet. Und ich sagte zu mir, ey, Alter, du musst mal genervt werden, du bist total OP. Ah, ja. Ja, die erste Frage, was ist OP? Overpowered. Ah, okay. Also hat nichts mit OP zu tun. Nee, nee, OP ist overpowered und genervt, also ich muss mal also ein bisschen gechillt werden, genervt werden. Ja. Ich wäre total OP und da muss ich auch nachfragen, aber da frage ich auch nach und das finde ich auch gut und ich sage dann, solange du vernünftiges Deutsch schreiben kannst, kannst du von mir aus auch, sollen sie ihre Jugendsprache reden, haben wir auch gemacht. Ja. Und die hört sehr viel neues Zeug, die lässt sich gar nicht von mir beeinflussen, aber das kommt von ganz alleine. Die hat da eine Serie gesehen, Stranger Things heißt die Serie. Ja, ja. Und da lief Musik von Queen und von The Clash, was schallt neulich in ohrenbetäubender Lautstärke aus ihrem Zimmer. Killer Queen von Queen, was ich das erste Mal 1973 oder 1974 gehört habe und ich stehe da völlig fast und denke mir, 38 Jahre später sitzt da der nächste Teenie und hört sich das an. Dann erscholl mit ohrenbetäubendem Lärm, should I stay or should I go von The Clash. Also ich finde, es geht auch beides. Ja, ja, beide Richtungen. Man kann sich eben halt tatsächlich topmodern verhalten und das, was ich ja auch mache, was du machst, Kontaktloses bezahlen und so weiter. Neue Musik hören, neue Serien, Filme, sich den neuen Medien zuwenden, kann man alles machen. Weißt du, was mich eher so ein bisschen stört, wenn ich jetzt gerade mal so in Fahrt bin, ist dieses, da kann ich auch leider nicht mit einstimmen. Damit deine Wut jetzt auch mal ein bisschen Wind in Segel kriegt, möchte ich, den habe ich mir gerade rausgesucht, lass ihn bitte mal von mir vorlesen. Arndt Scholten schreibt uns mit der Überschrift ein Colt für alle Fälle. Ganz ruhig, lieber Till. Lieber Till, lieber Atze, 49 Folgen lang habe ich geschwiegen und sämtliche Bemerkungen von dir, lieber Till, über Musik und Film gelten lassen. Aber jetzt ist Schluss. Dein abfälliger Kommentar über einen meiner Kindheitshelden, Lee Majors, ein Colt für alle Fälle, hat mich doch zutiefst betrübt, sodass ich als Strafe den Titelsong Fall Guy im Originalgesung von Lee Majors in die Spotify-Playliste hochgeladen habe. Aber nur in die Community-Liste. Denn auch die andere hat er keinen Zugriff. PS bei Spotify, fälschlicherweise gekennzeichnet als Titelsong von Charlie's Angels. Ein Skandar. Ach du Scheiße. Außerdem habe ich den Corona-Song Six Feet Apart und den Song Das To Me von Luke Combs beigefügt. Kenne ich alles gar nicht, weil mich diese sehr berühren. Liebe Urlaubsgrüße. Siehst du, das ist wieder die Cousinen-Community. Da wird auch zum Schluss nochmal wirklich nett gegrüßt. Liebe Urlaubsgrüße aus dem sonnigen Südtirol Hux & Kisses Cousine Arndt aus Hamm. Ja, Arndt, den ich sehr gut kenne, der ein guter Freund von mir ist. Ah, okay. Aber das ist natürlich lustig, dass er das schreibt. Ich habe es mir schon fast gedacht, dass ihr das natürlich quer runtergeht mit The Unknown Stuntman. Aber Arndt, es ist einfach eine Scheiß-Serie. Es ist einfach so eine dämliche Serie. Und das geht mir, also sorry Leute, Dallas und so was und Denver und diese alten Serien. Ich kann das, ich habe das auch geguckt und ich fand das, wobei ich glaube ich ein Cold für alle Fälle damals schon ziemlich Hanebüchen fand. Aber ich habe da keine Nostalgie, keine Lustempfindung. Ich gucke mir das nicht nochmal an. Und ich muss auch nicht, wie gesagt, auf diese ganzen Nostalgie-Konzerte, Lindenberg, Deep Purple oder sowas alles, wo dann nur noch von Deep Purple ist nur noch Deep übrig geblieben. Nämlich der sensationelle Ian Pace oder ich glaube auch Roger Glover. An der Stelle möchte ich mal sagen, da war ich ja so begeistert, dass du endlich mal eine Band, die ich gut finde, auch gutierst. Ja. Die Purple. Im Prinzip sind die ja seit 45 Jahren auf Tour, ne? Ja. Fast unverbrochen. Ja. Und es kann auch sein, oder ich glaube das sogar unbenommen, dass sie immer noch gut sind. Aber ich habe das alles gehabt, ich brauche das nicht nochmal. Ich gucke mir die nicht an, wie die, das ist einfach, wenn ich sowas sehe wie California Jam, Burn, 74, Glenn Hughes, vollgekoks, bis unter die Haarnadel. Unglaublich, diese Energie, Richie Blackmore, der tierisch genervt und sauer und aggressiv war, weil sie ihn ja den ganzen Tag hatten warten lassen. Ja, ja. Das ist, was hat seine Zeit? Auch der Hedonismus der 70er spielt da eine große Rolle. Ja, meinst du denn, der Hedonismus ist weniger geworden? Wir haben doch gerade den Peak des Hedonismus, oder nicht? Ja, vielleicht ist durch Corona der Hedonismus ein bisschen eingebrochen wieder, ne? Vielleicht kommt jetzt mehr wieder die Solidaritätskarte, obwohl, wie man vermuten kann, geht es schneller zum Hedonismus zurück, als wir alle gerne hätten wahrscheinlich, oder? Ich bin bereit für Hedonismus, wie du dir denkst. Du bist der gelebte Hedonismus. Genau, aber, was glaubst du denn, woher kommt diese Begeisterung für längst vergangene Zeiten? Das ist ja das, was man da raushört. Es geht ja gar nicht so sehr vielleicht um die Fernsehserie an sich. Es geht vielleicht gar nicht um die alte Munke, sondern um so diesen Geschmack der damaligen Zeit so wieder hervorzuholen. Die Emotionen. Der warme Mantel der Kindheit. Ja. Das Aroma der Jugend, ja. Und dann, ja, vielleicht, ich glaube, das ist natürlich auch sehr persönlich geprägt, wenn du natürlich vielleicht nicht so eine tolle Kindheit hattest und nicht so eine Bilderbuch-Kindheit. Oder wie es mal der schwarze Autor Tenahisi Coates ausgedrückt hat, ein schwarzer Intellektueller, der gesagt hat, alles, was ich im Fernsehen gesehen habe, hatte nichts mit meiner Realität zu tun. Ja, ja. Weiße Lessie-Vorstadt-Idylle, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Oder die Partridge-Family. Ja. Er sagte, das gab es einfach in meiner Welt nicht. In meiner Welt gab es nur Brutalität, schwarze Realität. Ja. Wir waren auf den beschissenen Schulen, da gab es die Gewalt, bei uns gab es die Armut. Ja, eben halt das Spiegelbild der amerikanischen Verhältnisse. Schwarze wurden immer unterdrückt, wurden immer scheiße behandelt. Und da hast du das Problem. Wenn du jetzt natürlich als Kind hier in Deutschland irgendwo in so einem schönen Reihenhaus mit Garten oder irgendwo vernünftig gesessen hast und alles in Ordnung war, schön und gut. Gut. In meinem Fall war das nicht so. Punkt. Ja, ja. Ja, aber da gehst du ja schon ins Detail, weil es geht ja auch Leuten so, denen es früher gut ging, dass sie über natürlich vornehmlich Musik, aber eben auch über Fernsehserien, so es schaffen, dieses Gefühl nochmal hochzuholen. Emotionen, klar Musik, es ist nichts leichter, als mit Musik Emotionen hervorzuholen. Und darum geht es ja, glaube ich. Egal, ob es dir gut oder schlecht ging. Ja, ich höre das ja auch noch nach wie vor gerne. Oder ich spiele das sogar mit meiner Band. Aber ich höre mir auch alles Neue an. Und ich finde es falsch. Einfach, mir geht diese Nostalgie eigentlich auch ziemlich, also bleiben wir mal beim Beispiel. Wir reden über Dieter Thomas Heck, was die Leute aber meistens nicht beachten, dass das für uns beide damals der Feind war. Es war der Feind. Wir haben das verhöhnt, verlacht und finden es heute, wir lachen da heute drüber aus anderen Motiven, nämlich über dieses ganze pompöse, aufgeblasene Geschwafel, was Heck einfach immer gemacht hat. Dieses, wir sehen das ja eher ironisch, ich finde doch den Typen nicht gut. Nein, auch die ganze Schlagerwelt war früher der Feind. Ilja Richter, ey, ich hätte ihn am liebsten, ey, jetzt den Fernseher, du haben die Chancen-Ferzen geschmissen. Lüchthaus, spot on. Am besten waren immer diese Einspieler, wo er dann so lustig gesungen hat. Es reimte sich dann sogar. Ey, da bin ich vor Wut fast gestorben, wenn er da seine Sketchen gemacht hat. Diese dämlichen Sketchen, wo du selbst als Neunjähriger schon begriffen hast, nein, das ist nicht lustig. Du bist ein Spießer, ein Lackaffe. Du redest geschwollen und dämlich. Halt die Fresse, mach den Nächsten hier los. Lass Rod Stewart jetzt endlich singen. Hau ab, geh aus dem Bild. Ja. Fürchterlich. Ja, und trotzdem, ja, psychologisch gesehen ist das echt ein Phänomen, ne, dass du, auch wenn zum Beispiel die 90er oder die 70er Show, die 80er Show im Fernsehen kommt, dann schalten alle wieder ein und erinnern sich an diese guten Zeiten. Klar, man drückt ja auch vieles weg. Also gerade das, was scheiße war, verschwindet dann und man hat so, das ist ja wahrscheinlich so ein menschliches Überlebenskonzept auch, dass das Gehirn sich hauptsächlich dann auf die schönen Sachen noch konzentriert. Ja, da sagst du was, da sagst du was Gutes. Und ich glaube eben halt, dass ich persönlich, und ich weiß das ja von dir auch, dass wir das nicht tun. Ich verklittere das nicht. Ich mache mir das nicht schön. Ich weiß noch genau, wie das ist. Ich weiß exakt noch, dass mein Bruder und ich bis die ersten 13 beziehungsweise 15 Lebensjahre in einem 10 Quadratmeter großen Zimmer gemeinsam verbracht haben. Punkt. Ich weiß, dass wir einfach nicht genug Geld hatten, dass jeder essen konnte, was er wollte. Punkt. Punkt. Ich rede mir nicht hier meinen alten VW Polo schön. Das war einfach, nein. Oder den Fiat 500 meiner Mutter. Dieses kleine Ding, der war ja eigentlich schon überladen, wenn mein Bruder und ich als 16-Jährige da eingestiegen sind. Da war der ja eigentlich schon zusammensturzgefährdet. Ich habe keine Lust mehr, das schönzureden. Was ein Scheiß-Auto. Der sieht vielleicht nett aus, aber es ist ein absolutes Scheiß-Auto. Und wenn du damit fährst, musst du Angst haben heute, dass jeder Golf ist ein Panzer dagegen. Ja. Und dann auch diese Nostalgie für alte Autos. Ey, die fahren doch einfach scheiße. Punkt. Ja, das stimmt. Da habe ich auch kein Fähigkeit für. Mir kommt jetzt so in den Sinn, ich versuche jetzt auch gerade mich an die besondere Scheiße zu erinnern in meiner Jugend. Und ja, stimmt. Es gab einfach eine Menge. Ich war wirklich der uncoolste Typ überhaupt. Weil wir kein Geld hatten, musste ich alte Sachen von meiner Schwester auftragen, wo dann unten so ein Stück Hose drangenäht wurde. Oder es wurde teilweise sogar ein Stück Gardine drangenäht. Ich musste die Tweethosen meines Bruders auftragen. Ey, wie ekelhaft. Ja, so dann auf dem Schulhof. Gut, ich war immer ein sehr guter Sportler. Da konnte ich ja viel Energie loswerden. Aber bis ich mal gemerkt hätte, dass es überhaupt Mädels gab, da war die Sache eigentlich schon fast gelaufen. Und dann macht er sich Verzweiflung breit. Wie macht man es? Wie geht man ran? Die ersten Körbe kassiert. Dann im Sport noch besser geworden. Gefahren sind, ne? Aber viel Verzweiflung auch, ne? Im Bett liegen und nicht einschlafen können, weil man denkt, ey, sag mal, bin ich denn wirklich so ein schlechter Mensch? Das gibt es doch alles gar nicht. Ja, absolut. Deswegen bin ich ja auch so in diese Traum- und Musikwelt geflüchtet. Ja. Keith Richards, der war ja praktisch in meinem Zimmer omnipräsent. Weil ich immer genau wollte, weil ich immer gedacht habe, das ist der Coolste. Dem ist alles scheißegal. Ja. Der, ob ihm die Zähne aus dem Maul fallen, ob er die Haare so trägt, ob er Seidenblüschen trägt, ob er irgendjemand die Gitarre über dem Schädel zieht, der macht sein Ding. Ja. Und so wollte ich auch sein. Was ja nichts anderes heißt, als ich wollte unverletzbar sein. Ja, ja. Und dabei war ich natürlich, und das weißt du ja heute auch, halte ich gar nicht in den Bergman. Ich bin natürlich der sensibelsten Einer. Ja. Ja, ja, ja. Und versteckt das oft hinter der vorlauten Schnauze. Raue Schale. Ja. Leicher Kern. Und ich wollte einfach nicht noch mehr, ich fand es einfach schon zum Teil demütigend genug, weil ich dick war, weil mich keiner verstanden hat. Sag mal, hast du nicht mal irgendwie... Auf der Autobahn, du bist doch mal aus dem Auto raus, weil alle anderen im Auto was gegen die Stones gesagt hatten. Ja, das stimmt. Was war denn da noch? Ich hab die Geschichte nie mehr ganz... Das ist ganz einfach, wir sind nach Dortmund gefahren. Ja. Mein Bruder und ein paar Kumpels. Alle in einem Auto. Alle in einem Auto, natürlich. Und haben uns da in einem Programmkino, weil sowas in Hamm natürlich nicht lief, haben uns den Film, den Hal-Ashby-Film Let's Spend the Night Together angeguckt. Ja. Von der 80er oder 81er Tournee der Stones in Amerika. Achso, so eine Doku. Ja, ja, Dokumentarfilm, Konzertfilm. Ja. Und ja, wie gesagt, zu der Zeit saßen im Auto alles nur keine richtigen Stones-Fans und alle waren so ein bisschen auf Toto fixiert. Weißt du, auf Südstaaten-Rock schnelle Gitarren sauber gespielt, sauber produziert. Und dann kommt dieser Rumpelrock, diese hedonistische Jet-Set-Truppe, kaum geübt. Und dann fing die dann auf dem Rückweg, natürlich auch, weil ich da auf Stahl gegangen bin, mich zu hänseln. Was eine Scheißkapelle, die können doch alle nicht spielen. Und irgendwann bin ich ausgeflippt, mein Bruder ist gefahren. Und mein Bruder kennt mich dann ja auch. Ich hab dann gesagt, halt an oder ich zieh dir meinen Schuh durch die Fresse. Ach, dein Bruder hatte mitgemacht. Ja, ja, mein Bruder saß, er ist gefahren. Ja, und der hat aber auch mit draufgehauen auf die Stones. Ja, ja, natürlich. Und irgendwann hat er gemerkt, dass das bei mir kippt. Und das hast du ja auch noch nie erlebt. Wenn ich richtig ablege, das hast du auch noch nicht erlebt. Wenn ich so richtig wütend werde. Und dann hat er tatsächlich angerufen auf der A2 und ich bin ausgestiegen. Und dann hat er mich wirklich mit Engelszungen überredet, wieder einzusteigen. Und wusste dann auch, dass es genug ist, weil es sonst wirklich... Stimmung war im Eimer. Ja, und ich war so ein jezorniger Jugendlicher. Das kannst du dir nicht vorstellen. Doch, du kannst es. Ich weiß ja, welche Dämonen du auch unter Verschluss hältst. Das eint uns natürlich auch. Wir wissen beide, wo die Sachen begraben liegen können. Ja, ja, ja. Und genau, das sind so Sachen, da kann ich mich dann auch dran erinnern. Ich muss mir allerdings Mühe geben, dahin zurückzuspringen. Ich bin ja auch dann eher das sonnige Gemüt, was sich nur an die schönen Sachen gerne erinnert. Ja. Aber da war eben auch eine Menge Scheiße, klar. Und was wahrscheinlich jeder kennt. Jede Zuhörerin, jeder Zuhörer weiß, dass es in der Jugend eben Zeiten gibt, wo man schwerst verunsichert ist. Nicht weiß, wo oben und unten ist und sich dann vielleicht in gewisse Dinge flüchtet. Ja. Alles ist ungerecht. Alle sind scheiße. Keiner versteht einen. Alles Mist. Ja. Und trotzdem hören wir die Sachen von früher dann wieder gerne. Ja. Als du letztens so positiv über die Purple gesprochen hast und dann die Konzertaufnahme gepostet hast bei Facebook. Burn! Burn, ja. Hey, da habe ich mir das alles nochmal wieder reingezogen und habe mir Made in Japan angehört und das ist ja wirklich so. Dann ist das alles plötzlich wieder da, ne? Ja. Aber das Gute, weil die Musik war ja die Flucht, da kann es ja vielleicht auch begraben liegen, dass man sich in die Musik geflüchtet hat und dass dieser Reflex immer noch funktioniert. Man hört sich die Musik an, die man in der Jugend benutzt hat, um gut drauf zu kommen und funktioniert das eben heute auch noch. Ja, das ist so und ich muss dazu sagen, ich weiß aber auch genau, was nicht scheiße war. Zum Beispiel die Urlaube in diesem Landschulheim, das waren die besten, da zähle ich heute noch von die. Habe ich ja alle mit meinem Freund Thorsten Kleine gemacht und der, seine Eltern sind, der hatte reiche Eltern, seine Eltern sind nach Amerika geflogen, nach Kalifornien oder was weiß ich. Und er hat gesagt, nee, ich möchte lieber mit Till nach Wangerooge, das ist lustiger als mit euch. Das sind mal Aussagen, ey. Das sind mal Aussagen, das ist heute noch, die kenne ich seit ich sechs bin, das ist heute noch Paten, Onkel meines Sohnes, eines meiner Söhne. Also wir haben, wir haben eine Ebene miteinander, die ich sonst nur wirklich auch von dir kenne. Also man versteht sich blind. Ja. Man sagt ein Wort und weiß sofort, was der andere denkt. Also ich habe nicht nur schlechte Erinnerungen, ich habe auch sehr viel Gute. Warst du mal wieder auf Angerooge? Nee, und weißt du auch warum nicht? Ja, sag mal. Ich mache mir das nicht kaputt. Ja. Ich lasse das einfach so, wie ich es weiß. Ich weiß, dass in dieses Heim heute noch Fahrten gemacht werden und viele sagen, komm doch mal mit, das ist so wie früher. Und ich weiß, nee, es ist nicht mehr wie früher. Es ist alles umgebaut, es ist alles modernisiert, es ist nicht dasselbe, es ist einfach nicht dasselbe. Ja. Und ich weiß jetzt schon, dass ich enttäuscht sein werde. Ich kann dich aber beruhigen, ich war vor einiger Zeit mal wieder da, Angerooge, und die Insel hat ihren Charme bewahrt. Die ist ja auch autofrei, da fahren eher so, sagen wir mal, alternative Urlauber hin und sehr nett da. Ich meine aber nicht die Insel, sondern ich meine speziell das Heim, was eine Dreiviertelstunde am anderen Ende der Insel ist. Und da ist alles umgebaut. Damals standen in den Zimmern nur sechs Metallbetten, also drei Doppelbetten, jeder hatte einen ganz kleinen Spind und einen Stuhl, sonst war nichts. Das war karger als karg. Das Essen war erbärmlich, aber wir waren drei Wochen lang nur am Geiern, haben nur Spaß gehabt. Und ich weiß, wenn ich da heute hinfahre, das kommt nicht wieder. Also lasse ich es. Ja. Es ist, die gute Erinnerung ist fest in mir drin, aber ich muss da nicht nur mal hinfahren, brauche ich nicht, danke. Ich weiß auch, dass mein Polo damals ein gutes Auto war, zu der Zeit, als ich ihn gefahren bin. Aber heute, bitte, komm mir doch nicht mit so einem Kackfass um die Ecke. Boah, wie lange bin ich 200er Diesel gefahren, so ein Strichachter. Was habe ich für herrliche Nummern in dem Auto geschoben, weil die Sitze so schön breit waren. Also vielleicht. Ich glaube, der Geruch eines 200er Diesels könnte mir heute noch Frühlingsgefühle in den sanitären Weichtalbereich befördern. Achtung, ich sage hier nur Vorhautflimmern. Du denkst, du leidest am Muskelschwund, weil du ihn mit einem Arm nicht mehr runterkriegst. Früher hast du deinen alten Turnschuh dabei, dass du ab und zu mal draufhauen kannst. Ja, aber jetzt sag mal selbst, so ein Auto möchtest du doch heute nicht mehr fahren, oder? Ich leih mir, glaube ich, demnächst mal eins aus. Töner hat ja sicher einen in Bestand, den leih ich mir mal aus. Komm. Der hatte 55 PS, überlegt mal, und die Karre wiegt über eine Tonne, ne? Ja. Du hast doch so einen Mercedes-Gabri und so einen Bobby Ewing Mercedes, hast du doch gehabt, ey. Da bist du einmal mitgefahren, dann hast du mir den Schlüssel in dir angerückt und hast gesagt, ey, wenn du das Kackfass fahren willst, bitte. Ja, der SL, das stimmt, der Ewing. Da warst du so freundlich und hast mir das Auto fünf Jahre lang zur Verfügung gestellt. Weil es dich einen Scheiß interessiert hat. Also ich weiß, bei dem 200er Diesel, und wir spielen mit der Band gerne mal im Emsland, da bin ich sonntagsabends von Lingen aus bis Münster, weil ein 200er Diesel mit 55 PS, wenn der mal 120 drauf hat, dann gehst du nicht gerne wieder in die Bremse. Und wirklich von Lingen bis Münster mit 120 durchgefahren, auch jede Ampel bei Rot einfach drüber geharrt. Ja, Wahnsinn. Ja, vielleicht war früher doch alles besser. Nein, 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 es ist zum Beispiel auch, geh mal hier zurück in die 70er oder 80er. Ey, frag mal die ganzen Rockstars, selbst die fanden das alle total scheiße. Ist das so? Ja, Eric Clapton hat neulich noch erzählt, dass er in den 70ern so stinkbesoffen jede Show gespielt hat. Einmal konnte er nicht mehr stehen und hat eine ganze Show auf dem Rücken gespielt, liegend auf dem Rücken gespielt, weil er so besoffen war. Und er sagt ja, da kann man sich doch einfach nur schämen. Sagt er, wenn ich mir das angucke, dass ich da teilweise für eine Ansage fünf Minuten am Stammeln bin, dritten, dick, das findet der auch nur schrecklich. Ja, ich weiß. Der Clapton hat damals ne Flasche Cognac vor dem Gig getrunken. Du wusstest doch nie, wann's losgeht. Ja, Koks, Heroin, aber er sagte, es hat auch im Publikum keinen interessiert, weil die genauso dicht waren. Ja, früher hast du einen Bundeswehrschlafsack mitgenommen zum Konzert, weil du wusstest einfach nicht, wann's losgeht. Ich weiß noch, ich glaube, es war Frumpy oder Atlantis mit Inga Rumpf als Liedsängerin. Kurt Kress am Schlagzeug. Bah. Ja, das war, glaube ich, in Osnabrück im Hyde Park. Inga Rumpf. Deutschlands beste Sängerin, würde ich mal behaupten. Ja, sofort. Da sind wir mal einer Meinung. Und ich glaube, es war im Hyde Park in Osnabrück, acht Uhr soll es losgehen, um zwölf ging's immer noch nicht los. Halb eins fing die, glaube ich, an. Aber Mainz, da hat sich einer drüber aufgeregt. Man lag auf seinem Schlafsack, da kreisten so ein paar Trompeten, an denen man mal kurz gezogen hat. Und dann ging das wieder, ne? Aber eigentlich war es eine Frechheit, oder? Ja, ich weiß noch, Santana, 81 in Dortmund. Und im Innenraum saßen sie alle auf ihren Parkas stundenlang. Natürlich, es wurde geperzt ohne Ende. Selbst wenn du nicht geraucht hast, warst du high bis unter die Haardecke, bis unter die Kopfhautdecke sozusagen. Weil es wurde natürlich nur gekifft. So, dann hatte der Vogel auch, fing irgendwann um neun Uhr an. Sollte aber eigentlich um acht Uhr losgehen. Um neun Uhr fing er dann irgendwann an und hörte erst irgendwie so gegen halb eins auf. Und wir mussten nach Hause. Ich wollte ihm auch immer am liebsten sagen, immer unterhältst du dich gleich mit meiner Mutter. Du kennst ja noch den legendären Satz, ne? Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Da musste ich meinen Bruder loben. Der hat dann irgendwann mal gesagt, ja, sagt er, Mama, klar weiß ich, wie spät es ist. Ich bin ja nicht blöd, ich habe eine Uhr auf. Da war meine Mutter dann so verdutzt, dass sie ohne einen weiteren Kommentar ins Bett gegangen ist. Ja, der Meister war von sich selbst ergriffen. Ich weiß genau, wo die Zeit zu Ende ging. Und zwar bei Simple Minds. Simple Minds, da gab es ja, eigentlich gab es ja zwei Simple Minds. Einmal ganz früher, so die alternative Band mit Someone Somewhere und so. Ganz genau. Jim Care mit matte indische Hemden an. Und dann stand die Band irgendwann nochmal wieder auf mit Don't You und so weiter. Ja. Alive and Kicking und so. Weißt du, dass Don't You ursprünglich für Billy Idol war? Ja, ja. Und er abgelehnt hat? Wer hat es geschrieben? Weiß ich doch sogar in dem Fall gar nicht. Weiß ich gerade wirklich. Ich weiß nur, dass es für Billy Idol vorgesehen war. Ich weiß noch, in der ersten Phase Simple Minds, Someone Somewhere in Someone's Heart. Viel Elektronik, viel Keyboards. Ja, und auch sehr viel Friedensthemen eben. Zwischendurch, Jim Care hielt auch immer dann zwischendurch so Reden, wie wichtig Frieden auf der Welt ist und All for Peace. Und er war ja mit Chrissy Hyde zu der Zeit zusammen, ne? Ich glaube später. Nein, es war später. Nachdem sie mit Ray Davies von den Kings verheiratet war. Mit wem war die denn eigentlich nicht verheiratet? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es auch mit Ray Davies von den Kings verheiratet. Naja, auf jeden Fall. Da war es noch so, dass man tatsächlich noch so auf dem Boden saß und gekifft wurde in der Dortmunder Westfalenhalle. Und danach war es plötzlich wirklich schlagartig vorbei. Ja, und man kann das gar nicht, das ist doch eigentlich heutzutage, dass die, wie soll man sagen, dass die Konzerte pünktlich sind, technisch auf dem Höhepunkt. Guter Sound, gab es früher auch nicht. Ach, guck mal, ich weiß jetzt, wer es, ja, ja, guter Sound, halt mal fest. Es hat geschrieben, Keith Forsy und Steve Schiff. Und Keith Forsy kennen wir, weil das war ein Drama. Das war ein Drama, Keith Forsy, der hat auch, glaube ich, auf einigen Lindenberg-Alben sogar gespielt. Ach so. Und ist ein Produzent gewesen, unter anderem auch von Billy Idol. Und dementsprechend wird er das natürlich auch Billy angeboten haben. Ah, okay. Ah, ja, da hast du es wieder. Ich hab auch die Drums in dem Song. Aha. Ja, ja, ja. Keith Forsy war, siehst du ganz genau, war Schlagzeuger bei Joy Fleming, Niagara, Klaus Doldinger, Amon Dühl, Udo Lindenberg, Donna Summer und Giorgio Moroder. Ganz genau. Da haben wir doch wieder ein schönes Fass aufgemacht, herrlich. Ja, ja. Don't you forget about me. Ja, der Sound war ja auch scheiße in den 70ern und 80ern. Ja, total. Das darf man ja auch nicht vergessen. Du hast den Gesang nie gehört? Ja. Äh, Punkt. Ja. Es war wirklich. Und guck dir, hast du den Bassisten von Deep Purple, Glenn Hughes damals, einer der Bassisten, hast du den heute mal gesehen? Äh, der hat sich Zähne von Willeroy und Boch machen lassen. Ich glaub, die hatte Kloppo gestern im Mund. Ja, also, wenn du schon Kloppos als aufdringlich empfindest, äh, da musst du mal bei Glenn Hughes gucken. Der hat das Ganze doppelt so breit und doppelt so viel. Weil natürlich von den ganzen Drogen alles weggefressen, nix übrig geblieben ist. Ja. Auch Ringo Starr, der hat ja auch in dieser Zeit 16 Flaschen Wein am Tag getrunken, plus Koks, plus Joints. Äh, auch die würden dir sagen, ja, auch die würden dir sagen, nein, früher war nicht alles besser. Äh, ja. Und vor allen Dingen nicht ihr Zustand. Ich hatte mal ein Treffen, frag mich nicht, warum, du musst dich weit ausholen, aber kaufst mir einfach mal so ab. Ich hatte mal ein Meeting, da ging es auch um, äh, Maya Sound in Deutschland. Also, ich glaub, der größte Hersteller von, äh, von PR-Boxen und so weiter. Maya Sound ist, äh, in der Szene ein Begriff. John Mayer mit seiner Gattin, beide Deadheads, also Mitglieder von, äh, der Great-For-Dead-Gemeinde. Äh, alt-Hippies, John Mayer auch immer noch die roten Haare zum Zopf bis zum, äh, als Zopf bis zum Arsch. War mit seinem, äh, langjährigen Marketing-Chef da, der, äh, mittlerweile so kalifornischer, äh, Strahlemann ist. Und dann erzählte John Mayer auch von früher, und zwar von den Beatles im Hollywood Bowl. Ah! So, und dann meinte er, wie geil das war. Und irgendwann platzte der Marketing-Chef, der war wohl auch dabei, er sagte, ey, gar nichts war da geil. Die Beatles kommen auf die Bühne, äh, Paul McCartney ruft ins Mikrofon, hey, Lost Angels, how are you? Und, yeah, und dann waren auch schon die Hochtöner durch, weil früher, äh, die Endstufen ja nicht so leistungsfähig waren und die gerne mal so Gleichstrom raushauten. Und, äh, dann die Speaker gekillt haben. Ja, und dann haben die das ganze Konzert dann nur mit Bessen und, ja, damals konnte man ja auch noch nicht von echten Bessen sprechen, nur mit Mitten verbracht. Ja, und dann musst du auch John Mayer irgendwann sagen, hast recht, eigentlich war es auch ziemlich scheiße. Komplett scheiße, es war so scheiße, dass die Beatles einfach gesagt haben, wir spielen nicht mehr live, Punkt. War das so? Ja, natürlich. Es gibt bei diesem Auftritt eben legendären Ski-Share-Stadium in New York, diesem alten Baseballstadion. Da haben sie gespielt und standen auf diesem Fußballfeld auf so einer pisskleinen Bühne und mussten teilweise die Hausanlage zur Hilfe nehmen, es klang alles nur scheiße. Und bei dem Song I'm Down hat Lennon Orgel gespielt und hat dann einfach irgendeinen Scheiß gespielt, weil er sagt, das interessiert eh keinen. Das interessiert eh keinen. Weil nur gekreischt wurde. Ja, und dann das Fass zum Überlaufen gebracht hat ja dann, als sie auf den Philippinen eine Einladung des Diktators Ferdinand Marcos und seiner Frau Imelda ausgeschlagen haben, weil sie keine Lust hatten, mit diesem Despoten und Diktator und seiner schwachsinnigen Frau essen zu gehen. Das war doch die, die damals über tausend Schuhe im Schrank hatte. Ja, tausend Paar. Da wären sie dann beinahe verhaftet worden und sahen sich schon im Kerker wegen Majestätsbeleidigung so ungefähr, sind dann irgendwie doch noch rausgekommen und da hatten sie gesagt, so jetzt haben wir die Schnauze voll und das war's. Wir spielen nicht mehr live, dieses Gekreische geht uns auf den Sack. Wir können unsere Lieder gar nicht vernünftig reproduzieren auf der Bühne. Überall dieses Gekreische, völlig bekloppte Diktatoren, es reicht. Völlig bekloppte Diktatoren. Wenn die Diktatoren mal etwas netter wären, dann hätten wir hier nicht so ein Riesenproblem, aber... Ja, so ist es, ne? Ja. Da fehlt uns allen ein bisschen der Wiener Schmäh. Hast du das gelesen aus Wien? Wo uns doch Cousine Felicitas Freise hat uns geschrieben aus Wien. Das fand ich eine zauberhafte Zuschrift. Magst du es denn mir einmal vorlesen? Ja, mag ich. Achso, ich sehe gerade, sie ist Texterin. Felicitas Freise. Ah. Texte aller Unart. Ja, 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 ja. Toll. Ja. Freise.at, kann man sich informieren. Ja. Dann liest du es mir auch vor, wenn du jetzt schon... Ja, okay, okay, okay. Nichts lieber als das. Ich bin eh in so einer Zwischenwelt gerade. Der wird mir dieser Text mal ganz gut tun. Wiener Titelwalzer steht oben drüber. Werte Chef Cousinen, der Wiener Titelwalzer und Professor Klaus-Jürgen Nech-Wusso, möchte ich gerne noch um zwei wunderschöne Fakten ergänzen. Ich habe es zwar am 23. Juni in der Facebook-geligen Cousinen-Gruppe gepostet, es scheint jedoch eurer geschätzten Aufmerksamkeit entgangen zu sein. Entschuldigung, Entschuldigung. Werte, gnädige Frau Geheimrat, günstig. Jetzt kommt's. Der Herr Professor Wusso ist als Professor nämlich in guter Gesellschaft. So tragen unter anderem auch Barde Udo Jürgens oder Regiekünstler Franz Antl. Ich, in Klammern, epokale Meisterwerke wie 006 am Wolfgangsee oder Frau Wirtin bläst auch gern Trompete. Letzter hat ihn sich, also den Professorentitel, ebenfalls auf seinen Grabstein am Wiener Zentralfriedhof meißeln lassen. Es ist also noch Luft nach unten. Apropos, noch etwas sei zu eurer Erheiterung submist angefügt. Wir Wiener haben ja ein legendär zärtliches Verhältnis zum Tod und so nimmt es auch nicht Wunder, dass die Bestattung Wien eine Merchandising-Abteilung hat, die vermutlich weltweit ihresgleichen sucht. Es gibt nicht nur Krematorium, Friedhof oder Leichenhalle aus Lego zum Nachspielen für die Trauergemeinde, sondern auch so praktische Dinge wie USB-Sticks in Sargform oder, was auch ich ganz besonders schätze, ein Turnsackerl, zu deutsch Sportbeutel, mit der Aufschrift, ich tourne bis zur Urne. Welches ständig ausverkauft ist, weil es sich unter Leben in so großer Beliebtheit erfreut. Also shop.bestattungsmuseum.at. Ja, ja. Ja, ja. Georg Kreisler hatte vollkommen recht, als er schrieb, der Tod, das muss ein Wiener sein. Ja, ja, ist ja klar, Wien ist morbide und eine wunderschöne Stadt. Mit höchst lebendigen Grüßen und stets erfreuten Ohren aus Wien, eure Cousine Felicitas. PS, hier noch etwas Persönliches, off-records und nicht für die Ohren der Cousinen-Gemeinde gedacht. Dann darf ich dich mal jetzt unterbrechen. Ja. Vielen Dank, Felicitas. Das Leichenhalle aus Lego, das ist ja wirklich unfassbar. Aber sag mal, hast du nicht auch noch so eine herrliche Wiener Anekdote? Irgendwas klingelt da bei mir. Ich habe mehrere Wiener Anekdoten. Und ich lege in Wien, einmal für die Morbidität, die natürlich den Grüblern und den Künstlern und der allgemeinen Kreativität sehr gut tut. Und es fing damit an. Das erste Mal in Wien war ich, glaube ich, mit meinem Freund Uli, damals VW-Bus, hin. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Da gehen wir hin zu Telssacher. Okay, da gehen wir hin zu Telssacher. Telssacher. Ich trug zu der Zeit immer so eine schwarze Lederbaskenmütze. Ich habe diese Mütze nie abgesetzt. Wenn ich morgens wach wurde, vorm Licht einschalten, habe ich die Mütze schon aufgesetzt. Und meine Mutter hat diese Mütze gehasst. Und ich bin bis heute davon überzeugt, dass sie die hat irgendwann verschwinden lassen. Auf jeden Fall, wir sind in Sacher und haben uns da hingesetzt und wollten irgendwas billiges essen, Rührei oder sowas. Und der Kellner soll im Vorbeigehen nimmt mir einfach die Mütze ab und sagt, schau, das sieht es ja gleich viel besser aus. Ihr gebt sie mal an der Garderobe ab. Und ich konnte ihn nicht mal sauer sein. So, dann sind wir nach Grinzig, Stadtteil Grinzig, da wo die ganzen heurigen Lokale sind. Jumai. Und haben da, Uli hatte sein Akkordeon dabei, haben da teilweise musiziert. Einfach so umgefragt. Und waren, weil in Grinzig angetrunken vom heurigen, dann noch im Wiener Nachtleben unterwegs. Weil wir hatten irgendeinen Wiener gefragt, wo kann man denn noch jetzt hingehen? Und er sagte nur, ach, schlendert es ein bisschen. Ihr werdet es euch wundern. Ist auch geil, ne? Ja. Und dann stand der Bühneneingang zum Crazy Horse. Das gab es damals tatsächlich auch in Wien. Das war ein Ableger des Crazy Horse in Paris. Stand offen und auf der Bühne ging es hocherotisch zur Sache. Bis zwei westfälische Stallions meinten, sie müssten auch da in Unterhose auf die Bühne springen. Oh Gott, ihr seid... Ja, und die Rauschmeißer, so echte Schläger vom Crazy Horse, haben uns wirklich durch halb Wien verfolgt. Wir waren Gott sei Dank jung und bei bester Puste. Die haben dann irgendwann aufgegeben. Und dann gab es nochmal... Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen darf. Ja, ich sage ja. Also, es war die Europameisterschaft, die in der Schweiz und Österreich stattfand. Ich habe gebetet, dass du die Geschichte erzählst. Und dann gab es im Hotel direkt am Stephansdom, ich komme vielleicht gleich noch drauf, wie es heißt, das Doro Hotel, glaube ich. Doro Hotel, ein ganz modernes Hotel. Das hatte oben so eine Galerie mit einer Fensterfront und da sollte Valdis EM-Club stattfinden mit Valdi Hartmann himself. Der Valdi, den du mal eine Tour ins Ohr gequatscht hast. Genau. Stimmt, stimmt, stimmt. Born to be Valdi, ja. Born to be Valdi dann natürlich kläglich verpufft ist, weil sie für diesen Hornoxen keiner interessiert hat. Für alle, die sich mal richtig fremdschämen wollen, gibt es immer noch bei YouTube Valdi Hartmann bei TV Total. Wie er mit seiner Nummer so richtig abkackt, nicht ein Lacher. Also wer mal richtig fremdschämen, Valdi Hartmann bei TV Total, bitte mal anklicken. So, auf jeden Fall, es waren da Hansi Müller, früherer Nationalspieler, glaube ich gestartet beim VfB Stuttgart. Später noch in Italien gespielt, der legendäre... Bei Inter Mailand. Bei Inter Mailand gespielt, legendärer Stürmer. Dann Franz Krankel war da, der Beckenbauer von Österreich, der Held von... Da, 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 Krankel, 3 zu 2, ich möchte immer Pusse geben, da. Der Held von Cordoba, ne? Ja. Und, äh, naja, und meine Wenigkeit. Und so drei Tage vor der Sendung bekam ich einen Anruf von Valdi. Ja, grüß dich. Äh, Arzt, magst nicht an Tag R kommen? Ja, äh, warum denn jetzt, Valdi? Ja, der Hansi ist da und der Franzl ist da und wir wollen doch ausgehen. Ja, aber ich komme doch jetzt nicht an Tag R, nur weil ihr... Ja, äh, und sie wollen in so ein bestimmtes Etablissement? Sie wollten sozusagen, lass mich raten, äh, ich umschreibe es mal. Sie wollten zum Stanglwirt, aber, äh... Mehr Stangl als Wirt, ja. Ins legendäre Olympus. Oh, verstehe. Der Club Olympus. Ich komme doch nicht an Tag R, nur weil ihr da noch in Puff haut. Und pass auf, jetzt kam aber das K.O.-Argument von Valdi. Ja. Otze, jetzt musst du dir eins sagen, das kannst du nicht wissen. Und also, jetzt musste irgendwas kommen, was mich total überzeugt. Und dann kam, es ist fußläufig vom Hotel. Oh Gott. Ja, ich bin da mal nicht hier hingeflogen und dann am nächsten Tag... Vielleicht ist das auch der Titel der Folge, fußläufig vom Hotel. Ich will auch gar nicht behaupten, dass sie da waren. Ich war ja nicht dabei. Auf jeden Fall waren die drei Herren am nächsten Tag mächtig fertig. Haben mir jeden Gag in der Sendung kaputt gemacht, weil sie einfach nicht zugehört haben. Dann habe ich auch beschlossen, nie wieder zu Valdi zu gehen. Dann wurde von... Wahrscheinlich ist es dazu gar nicht gekommen. Wahrscheinlich haben sie einfach nur an einem Hotelbar gesoffen wie die Ketzer. Ja, was auch immer. Ich will auch nichts unterstellen. Auf jeden Fall, die Sendung war auch insgesamt so scheiße, weil keiner bedacht hatte. Und das ist auch typisch Österreich, ORF. Das ist unten in dem Hotel, alles offen so oben zur Galerie. Die Galerie war ja quasi ein Fernsehstudio in dem Moment. Unten wurde noch eine Hochzeit gefeiert. Und das Beste ist, dass ZDMF hatte drei Tage lang den Stephansdom ausgeleuchtet, damit wir einen schönen Hintergrund hatten. Die ARD, bitte. Bitte die ARD. Oder ARD, ja. Auf jeden Fall öffentlich-rechtlich. ORF in dem Fall, stimmt. Muss es ja ARD gewesen sein. ORF hatte, und dann passiert auch was sehr österreichisches. Kaum hatte die Sendung begonnen, fiel die Beleuchtung aus. Drei Tage hatte man geprobt, dass Herr Stephansdom entsprechend beleuchtet ist. Und sie ging auch nicht wieder an. Nein. Zauberhaft. Aftershow-Party war wiederum gut. Ah, ist das wieder gut, ey. Da wird dich die Folgezuschrift, pass auf, wenn du gerade so, drauf bist, muss ich dich belohnen. Hier schreibt uns zum Beispiel Cousine Miriam, und zwar aus Kalifornien, wo sie uns hört. Ihr seid der Highlight meiner Woche hier in Kalifornien. Sag mal nicht, das Highlight? Ja. Okay, sie ist in Kalifornien, bitteschön. Ja, das Highlight, ja. Tills Musikwissen ist so faszinierend und interessant. Und wenn ihr Stimmen vom Promis nachmacht, kann ich mich oft kaum halten. Mit Honecker habt ihr vor ein paar Wochen den Vogel abgeschossen. Ja. So spitze. Gebe ich ihr recht. Gebe ich ihr recht. Vorwärts. Nimmer. Rückwärts. Immer. Ich erwähne euren Podcast auf den Telefonaten. Neuig sagte meine Freundin plötzlich, und ich glaube, es geht um dich. Ach ja, der ist hochintelligent. Und ich, Doppelpunkt, wer, Atze Schröder, Fragezeichen, Anführungsstriche oben, sie, Doppelpunkt, Anführungsstriche oben, ja, Atze Schröder. Der soll sehr schlau sein, Anführungsstriche oben. Bevor ich nachhaken konnte, womit sie das begrünen kann, wurde irgendwie unterbrochen und die Aussage blieb so stehen. Ich werde sie auf jeden Fall beim nächsten Telefonat nochmal fragen. Aber bis dahin könnt ihr vielleicht dazu euch mal äußern, ihr müsst es doch am besten wissen. Ja, das ist einfach, das ist eine Verwechslung, ihr meint mich. Nein. Ich kann dem nur beifliehen, ja. Ich nehme das zurück, ist der Atze hochintelligent, fragt sie, Fragezeichen. Ja, Punkt. Ich sage das als dein bester Freund, als ein dich liebender, der also praktisch wirklich, hier kann von Subjektivität keine Rede sein. Ich sage ganz objektiv, ja, du bist hochintelligent, was anderes lasse ich mir nicht mehr einreden. Miriam, vielen Dank für diese Zuschrift. Ja, Genie säuft. Insofern habe ich die letzten zwei Tage den Beweis angetreten. Oder ist wahnsinnig, genau. Hier schreibt Carsten, Cousine Carsten, moin ihr beiden Pfeifen und das ist durchaus als Kompliment zu verstehen. Hab ich auch. Ich habe da noch einen Vorschlag für einen Alien-Song für euch. Mr. Blue Sky von ELO. Auch wenn Till gerade ausrastet mit Bespucken oder mit glühender Katzenkacke bewerfen will. So Carsten, dazu muss ich sagen, wie sagte schon der legendäre intellektuelle Songschreiber Randy Newman, I Love That ELO und dem kann ich mich nur anschließen. Dieses legendäre Doppelalbum von ELO habe ich, wo Mr. Blue Sky unter anderem drauf ist, Sweet Talking Woman. Ich habe es rauf und runter gehört. Ich bin ein brennender ELO-Fan und auch ein bekennender ELO-Fan. Ja, das weiß ich. Hätte ich sogar, hätte ich wirklich auch so unterschreiben können und ich weiß, dass du ELO bist. Ja, wie gesagt, Randy Newman hat es auch schon gesagt, I Love That ELO und selbst John Lennon ließ ein gutes Haar an ihn. Na bitte. Bitte, da haben wir es doch. Dann schreibt uns hier noch Cousine Olaf. Ihr seid klasse, alles gut. Und PS, ich habe für den 4.9. das ELO-Cousine-Arrangement gebucht, zauberhaft. Super, danke Olaf. Jawohl. Bester Aufkleber, den er je gesehen hat, war keine Airbags, wir sterben wie Männer. Naja. Ja, das gibt es auch mit, wie heißen diese Gurte, Sicherheitsgurte. Pass auf, ich habe hier allerdings noch eine Zuschrift, beziehungsweise zwei, aber das ist ganz gut. Und zwar, hier schreibt uns noch zwei Jungs, dass sie neulich Brian Adams, ich habe jetzt, ich habe den Namen, ich kann mich, ich habe den Zettel jetzt nicht, aber sie schreiben uns, dass sie neulich in Köln beim türkischen Gemüsehändler Brian Adams getroffen haben und ihm geholfen haben, ein Ingwer-Smoothie zu kaufen. Aha. Nette Geschichte. Ja. Da war auch der zweite Vorschlag, weil es hatte uns noch dieser Jens geschrieben, den haben wir schon vorgelesen, aber der hat auch geschrieben, dass er als junger Taxifahrer mal Heidi Kabel befördert hat. Wenn ihr also, liebe Cousinen, Erlebnisse mit Prominenten habt, schreibt sie uns, vor allen Dingen, wenn sie lustig sind oder wenn irgendwas Keinliches passiert ist, schreibt uns das, das ist doch eine lustige Geschichte wert, schreibt uns das bitte an mail. Mail.at zärtliche mit E. Mail.at zärtliche-cousinen.de. Da freuen wir uns drüber. Und zum Schluss, ich freue mich. Wie machte Peter Alexander immer noch, ich freue mich? Ja, du, nein, du, ich freue mich. Nein, du, ich freue mich. Heute Abend bei Peter Alexander, wir gratulieren. Wir gratulieren. Und ich freue mich, meine Damen und Herren. Heute ist bei uns der Franz Lambert an der Orgel. Du, Franz, ich freue mich. Wahnsinnig, dass du heute Abend hier bist. Was hast du mir mitgebracht? Ja, Till, was hast du uns denn heute mitgebracht an Song für die Liste? Ja, was habe ich euch heute mitgebracht? Ich habe es mir wieder so schwer gemacht. Ich möchte wie üblich meine gesicherten Pfade mal verlassen. Nachdem ich letztes Mal die Reggae-Karte gezogen habe mit Ziggy Marley und seinen wunderbaren Higher Vibrations, möchte ich mal wieder die sicheren Pfade verlassen und möchte Jako Pastorius. Jako Pastorius von dem Album Birthday Concert, möchte ich die erste Nummer haben, Intro und dann, ich weiß glaube ich, Intro Soul, Intro und dann kommt das Stück Soul Chicken. Das ist, glaube ich, eine Nummer, Intro Soul Chicken. Und die Nummer, wie dann so die 15 Bläser loslegen und Jakos Bass einsetzt und die das Ganze losmarschiert, da kriege ich Gänsehaut. Das finde ich einfach super. Ich kann jedem nur empfehlen, den Film Jako zu schauen, den kein anderer produziert und finanziert hat als der Bassist von Metallica, Rob Trujillo. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, Roberto. Ja, der auch ein großer Pastorius-Verehrer ist. Welcher gute Bassist verehrt nicht Jako Pastorius? Ja, der die Basswelt wohl mal komplett auf den Kopf gestellt hat. Ja. Mit seiner Art zu spielen, mit seinem Sound, mit seiner Virtuosität. Und seinem Wahnsinn. Leider eine, ja, lieber, leider eine bipolare Persönlichkeit, die ganz elendig gestorben ist. Ja. Runtergekommen hinterher im Parks als Penner gelebt hat und seinen Mitmusikern damit die Tränen in die Augen getrieben hat, weil sie ihm nicht helfen konnten, weil er sich nicht helfen lassen wollte. Und dann ist er ganz elendig gestorben, als er von einem Türsteher brutal zusammengeschlagen wurde, das einfach auf dem Bürgersteig verreckt ist. Ja. Es ist ein Jammer. Es ist wirklich ein Jammer. Aber Jako Pastorius, seine Musik ist unsterblich. Ich wünsche mir vom Birthday-Konzert Intro Soul Chicken von Jako Pastorius. Du kommst. Ja, Till, das ist natürlich jetzt hohe Kunst, was du geliefert hast. Ja. Ich habe sehr profan heute und trotzdem liebe ich die Nummer, weil sie einfach für die Zeit und auch für die heutige Zeit, nein, der Sound hat überdauert und sie klingt immer noch sensationell. Ich weiß sogar, dass du mir jetzt recht geben wirst, aber ich weiß, es ist fast Schlager und trotzdem ist sie geil. Don't play your rock'n'roll to me von Smokey. Von Smokey, don't play your rock'n'roll. Ich liebe diese Nummer. Die Chöre, die Gitarren, die Stimme. Don't play your rock'n'roll to me. Weißt du, dass mein erstes richtiges Konzert in der Dortmunder Westfalenhalle Smokey war? Ja, weiß ich, weiß ich. Deswegen habe ich mich überhaupt nur getraut. Mit Thorsten Kleine damals hingefahren und Chris Norman ist als Sänger über jeden, über jeden Zweifel erhaben. Leute, hört nochmal in die Nummer rein und dann fragt euch alle mal, ob die Studios schlechter geworden sind, weil sie klingt so gut, besser geht's nicht. Ja, es ist ein guter Song. Es ist nicht eine Note zu viel, nicht eine Note zu wenig. Es ist eine Perle, es ist eine echte Perle. Ich liebe den Song. Und ich glaube, die tut der Liste gut. Ja, super. Ey, das gibt's doch wieder gar nicht. Merkst du das? Ich habe am Anfang immer so gedacht, wir würden uns mit Vetos übertrumpfen. Ja. Aber ich finde, was für ein Ding. Jakob Pastorius, Intro Soul Chicken und Smokey, don't play your rock'n'roll. Und beides ist großartig. Ja. Und ganz zum Schluss kleiner Literaturtipp wegen unserer Thalia, wunderbaren Thalia-Werbung. Und da will ich es auch gar nicht spannend machen. Und wie gesagt, ich will hier nicht die große Kunst bemühen und mir keinen abbrechen. Ich will einfach Bücher empfehlen, wo ihr richtig Spaß und Lust drauf haben könnt, die ihr so weg suchten könnt. Und ein Buch, das habe ich schon zweimal gelesen, das kann man so richtig schön weghauen, sich reinfallen lassen, ist von T.C. Boyle, Wassermusik. Ah, T.C., der alte Kiffer. Ja, genau. Das Buch erzählt die Geschichte des schottischen Afrika-Forschers Mongo Park, der gegen Ende des 18. Jahrhunderts zwei Entdeckungsreisen gemacht hat. Der ist eigentlich der Entdecker des Niger. Und T.C. Boyle hat die Geschichte so geschrieben, wie er sich vorstellt, dass es gewesen sein könnte. Auch ein schöner Twist, ne? Ja, super. Und das ist einfach, ich will nicht vorweggreifen, also hört da rein oder lest da rein. Und das ist wirklich ein sehr saftiges, zauberhaftes Buch. Ja, wir haben ja jetzt, du hast ja jetzt noch ein paar Wochen Zeit, bevor du dein Hörbuch-Tipp aus der Thalia-Werbung mir präsentieren musst und den Cousinen. Ich bin jedenfalls schon mit, ich habe mir dieses Hörbuch-Abo ja auch sozusagen gegönnt und bin auch schon fleißig am Runterladen und habe mir natürlich, ich möchte es jetzt nicht verraten, nur so viel. Es war natürlich klar, dass ich mir Keith Richards live natürlich nochmal gegeben habe. Sehr erheiternd, Onkel Keith, Märchenbuch von den Rolling Stones. Aber ich habe auch einige andere Sachen und ich kann nur sagen, ich glaube auch, mein Tipp wird dich umhauen. Ich werde dich überraschen. Sehr gut. Sehr gut. Also, eine zauberhafte, ich wünsche, wir sehen uns ja Gott sei Dank nächste Woche in Hamburg. Ich werde ja auch dann ein bisschen mit meiner Familie nach Hamburg kommen. Und da sehen wir uns ja dann wieder, da können wir endlich auch mal wieder im Angesicht des Todes, im Angesicht der Freundschaft zueinander finden. Ja, ich werde jetzt ins Bett gehen, mal zwölf Stunden schlafen und werde mich nachher frisch gekämmt und rasiert der Kampner High Society präsentieren. Zauberhaft. Ich wünsche dir noch weiterhin viel Wärme in Kloppos Jacke. Mach mir nicht den E-Koasa kaputt. Und Leute, ihr Cousinen da draußen, schönen Sommer weiterhin. Schreibt uns an mail at zärtliche-cousinen.de und danke überhaupt, dass ihr so zahlreich zuhört und Cousinen seid. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Servus. Servus. Ahoi. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.